Woche 12 Frequent Traveller Weekend Update. In der heutigen Ausgabe geht es zum Beispiel um Qantas, die einen Beta-Wettkampf ausgelobt hat zwischen Boeing und Airbus. Man will sich entscheiden, was man nimmt, wie man weitergeht mit der Kurz- und Mittelstreckenflotte. Des Weiteren hat Embraer gesagt, sie möchten auf der Basis des E-2 Jets eine Turboprop bauen. Mal ein umgekehrter Weg. Donnie ist ja damals den Weg gegangen, dass man aus der Doh 328, glaube ich war es, einen Turboprop, einen Jet gebaut hat, was aber dann auch nicht funktioniert hat. Dann gibt es einen Streit bei den Luxemburger mit Luxair. Warum? Ganz einfach, die Luxemburger geben keinen luxemburgischen Schaumwein mehr. Auch ein Problemfall. Dann die Starlines Lounge in Sao Paulo macht zum 1. April zu. Leider kein April-Scherz und kein Scherz, was British Airways, so heißt der Verein, mit seinem Programm gemacht hat. Also das heißt, man hat wieder eine ganz normale Woche im Status Meilen- und Punkterausch. Ganz einfach. Aber ihr wisst ja, wie immer, nach dem Intro geht es weiter. Wie immer an dieser Stelle gibt es den Daumen hoch oder den Daumen runter. Einfach den Beitrag liken oder disliken oder unten Kommentare reinschreiben, wenn ihr etwas habt, wo ihr sagt, das muss besprochen werden. Ja, was besprochen werden muss bei Qantas zum Beispiel, ist die neue Mittel- und Kurzstreckenflottenplanung. Ganz einfach. Alan Joyce hat gesagt, hey, wir müssen neue Flugzeuge kaufen und wir wissen gar nicht, ob wir mit den 737 MAX weitermachen sollen oder mit dem A320. Ich nehme, im Moment fliegen ja 737-800er bei der Qantas. Also wer wirklich mit der Qantas irgendwie domestik geflogen ist, der ist um diese Flugzeuge nicht herumgekommen. Es heißt ja so schön, dass das an Arbeitsfeld oder die Englander in das sogar Workhorse ist. Also ich selbst bin auch mit der Qantas schon in der 737-8 geflogen. Oder nee, 800 muss man ja sagen, Strich 8 ist es ja nicht. Und warum sagt Alan Joyce das? Hey, im Moment sind die besten Preise zu bekommen und es geht sich darum, dass man das ab der nächsten Dekade, ungefähr bis 2040, einstiehlt das Ganze. Und es geht wirklich um Milliarden. Das älteste Flugzeug der 737 hat eine, ja, hat eine bewegte Geschichte, war 2002 eingeflottet worden, also 19 Jahre. Und bei 20 Jahren muss man halt wirklich raus. So wie es aussieht, ist der 320 Neo eventuell im Vorteil. Warum? Ganz einfach, weil man davon schon einige auf Order hat. Und bei den Töchtern sind die unterwegs, bei der Jetstar Asia, Jetstar Japan, aber auch bei der Qantas Link sind A320er, die fliegen. Um die Order nochmal zu geben, sind 109 Airbus Neos, die bestellt worden sind. 45 von den A320 Neos und 64 von den A321 Neos. Und bei dieser 109 flugzeugestarken Order für Jetstar ist halt wirklich so, dass man für Qantas noch keine bestellt hat. Und deshalb wird man einfach gucken, ob man da was macht. Und da macht es vielleicht Sinn, die Flotte dann zu erweitern. Aber hey, denkt nicht, dass Boeing aus dem Rennen ist, da die Max wieder fliegen darf. Und vielleicht der Preis? Man weiß es nicht genau. Also da gibt es vielleicht noch viel Potenzial. Ihr könnt ja unten reinschreiben, ob ihr Boeing-Fans seid oder Airbus-Fans. Dann nochmal Neuigkeiten von Emirates. Emirates fliegt wieder mit dem A380 zum Beispiel nach München, nach Wien wollen sie auch wieder fliegen über die Ostertage. Heißt also zwischen dem 24.03. und dem 29.03. und dem 3.04. und dem 11.04. wollen sie halt wirklich mit dem A380er fliegen, weil die Nachfrage merklich höher gegangen ist. Und sie sagen ganz einfach, das Flugzeug wird gebraucht. Und man fliegt fünfmal pro Woche zum Beispiel die Strecke von Dubai nach München und zurück. Also eine positive Nachricht. Schauen wir mal, wie nachhaltig das Ganze sein wird. Dann hatten wir viele Anfragen bekommen. Hey, geht der Hilton-Status-Match nicht? Und ich kann euch sagen, der Hilton-Status-Match geht. Ich weiß nicht, ob die Webseite aus Versehen runtergenommen worden ist, ob der Link aus Versehen irgendwie nicht mehr funktioniert. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall, es geht wieder. Für alle, die nicht wissen, wie der Status-Match geht, ist es ganz einfach. Ihr müsst bei einem Hotelprogramm einen Status haben. Married Bonnoy, IHG Rewards Club, World of Hyatt, Best Western, Choice Privilege, Le Club Accord oder Radisson Rewards und Windham Rewards. Das sind die Programme, aus denen gematcht wird, aus allen anderen leider nicht. Wenn ihr also fünf Nächte in 90 Tagen, 90 Tage ist immer die Promotion lang, bekommt ihr den Gold. Wenn ihr neun Nächte in 90 Tagen schafft, dann bekommt ihr sogar den Diamond. Und das Supertolle an der Geschichte ist, der Status gilt bis Ende März 2023. Natürlich. Also da ist dann viel Musik drin. Wie kriegt ihr den? Ganz einfach. Ihr müsst einen Proof of Status schicken, so wie es schön auf der Webseite heißt. Also ein Screenshot oder eine E-Mail oder was auch immer, was ihr davon bekommen habt. Einfach hochladen. Und jetzt kommt's. Gematchte Sachen werden halt nicht genommen. Heißt also, man muss nämlich auch die 24 Monate History dazu schicken. Ich persönlich selber habe teilweise nur zwölf Monate geschickt für unsere Kunden, wenn ich es gemacht habe. Aber das waren dann auch ausreichende Nächte. Wobei jetzt aber in Covid-Zeiten, ich weiß nicht, wie die das sehen. Also auf jeden Fall einfach ausprobieren. Versuch macht klug. Dauert von der Zeit her. Sechs bis zwölf Tage haben wir auch schon manchmal schneller gesehen. Kommt halt immer drauf an, wie das Office so arbeitet. Dann eine News, die eigentlich eine schlechte News ist. Ich selber fliege ja auch wieder nach Sao Paulo. Aber leider wird zum 1. April in Sao Paulo die Starlines Lounge geschlossen. Ja, ganz genau. Die Lounge, eigentlich eine superschöne Lounge, wird zugemacht. Aber nicht, weil Starlines sich jetzt verabschiedet aus dem Lounge-Business. Sondern ganz einfach, weil der Flughafen der Betreiber gesagt hat, hey, wir wollen ganz einfach das selber betreiben. Und ja, das ist das Thema. Ich weiß nicht, was das als Hintergrund hat, aber man will am Flughafen vielleicht da Revenues wieder für sich selber generieren. Und damit wird die Starlines Lounge dann zugemacht. Ob es die richtige Zeit ist, kann ich euch auch nicht sagen. Heißt also, wir müssen da auf die Amex Lounge, beziehungsweise auf andere Lounges dann ausweichen. Im Moment fliegen 10 Fluggesellschaften nach Sao Paulo aus der Starlines. Heißt also, das wären natürlich die Lufthansa, die Swiss, die United, die Air Canada, die Avianca, Copa, Äthiopien, Türkisch, Tab von Portugal und die Air China, das sind die, die fliegen. Aber die haben alle keine Ambition, eine eigene Lounge zu machen. Vielleicht hoffen wir ja, dass die Starlines wieder irgendetwas macht. Aber ganz, ganz wichtig ist der Hinweis, es ist keine Verabschiedung aus dem Lounge-Business von der Starlines. Also die Starlines geht wirklich nur raus, weil man gezwungen ist, da rauszugehen. Sonst würde man das nicht tun. Als Fazit kann man einfach nur für uns als Passagiere, die wir First Class oder als Gold-Status-Kunden Zugang zur Lounge haben, sagen, dumm gelaufen, wir müssen jetzt einfach hoffen, dass wir dann in anderen Lounges reinkommen mit Priority Pass oder mit der American Express Karte. Das wäre eine Geschichte, die vielleicht für euch interessant wäre. Ansonsten, wie gesagt, einfach hoffen und fast hätte ich gesagt beten. Die nächste Nachricht vom British Airways, die haben, ihr wisst ja, wenn man Meilen bei denen einsetzt, geht das ja immer nach, bei Freiflügen nach Distanzen. Das heißt also, die erste Distanz, das nennt man so, nennt man das Preisband oder sowas. Also auf jeden Fall ist das so eine Bandbreite, wo man von 1 bis 650 Meilen zum Beispiel vorher in der Economy, in der Nebenreisezeit 4000 Avios bezahlt, hat jetzt 750 mehr Zeit. Also 4.750 Avios zahlt und das ist halt in meinen Augen sehr schade. Vor allem, wenn die Hauptreisezeit, die wird auch nochmal teurer, dann sind es nämlich 5.250 gewesen, 5.250 sind es, vorher sind es 4.500 gewesen, so viele Zahlen ganz kröre wird man dann, wenn man es sieht. Aber im Prinzip könnt ihr euch merken, in den drei Preisstufen, die sind in den ersten von 1 bis 650 Meilen, von 1 bis 1.150 Meilen und von 1.150 bis 2.000 Meilen sind jeweils um 750 Meilen oder Avios teurer geworden. Ist natürlich sehr unschön, weil vor allem ganz einfach so Flüge wie London, Stockholm, die also in der Preisstufe 2 wären oder Wien wäre ja auch in der Preisstufe 2, die sind einfach teurer geworden ohne Vorankündigung, ohne dass ihr irgendetwas tun konntet oder vorher Tickets kaufen könntet. Ich nehme mal einfach an, sie haben jetzt einfach gedacht, hey, das Covid ist interessiert eh keine Sau im Moment und man kann es ja mal versuchen. Also man ist damit vielleicht sogar durchgekommen. Ich persönlich finde es einfach schade. Das als Stichwort hier. Ihr könnt ja sagen, ob ihr noch bei British Airways sammelt oder ob ich einem anderen Programm zugewendet habe. Ich selber bin von British Airways ja weg. Ich habe meine Meilen jetzt bei Cutter gebunkert zwischendurch. Jetzt bin ich auch mittlerweile bei Finnair. Also insofern vielleicht beeinflusst das eure Meinung. Wie immer Kommentarspalte unten. Und dann last but not least. Ihr wisst ja wie immer, das RKI schlägt immer zu. Ab morgen gelten neue Risikogebiete oder neue Virusvariantengebiete. Aber da gibt es keine Virusvariantengebiete. Es gibt nur neue Hochinzidenzgebiete. Das wären Bulgarien, Kuwait, Paragrei, Polen, Uruguay und Zypern. Die sind halt nun hochinzidenzgelegt. Neue Risikogebiete ist halt in Finnland, Südkarelien. Also das ist dann auch immer so regional. Irland ist also Gesamtirland, war vorher ein Virusvariantengebiet. Die sind also runtergestuft worden. Norwegen hat auch einige Gebiete Westfold und Telmark, die da neu hinzugekommen sind als Risikogebiet. Und natürlich das Vereinigte Königreich von Großbritannien, Nordirland. Die sind jetzt inklusive aller Überseegebiete, Isle of Man, sowie aller Kanalinseln Risikogebiet. Vorher waren sie Virusvariantengebiet. Und Gebiete, die nicht mehr als Virusvariantengebiet gelten, habe ich euch gerade gesagt. Irland und natürlich das Vereinigte Königreich. Von einem Hochinzidenzgebiet zu einem Risikogebiet herabgestuft wurde, St. Lucia, das gesamte Gebiet. Und natürlich Osterbotten in Finnland ist wieder runter von Risikogebiet, gilt jetzt also quasi nicht mehr als Risikogebiet. Inwieweit das Sinn macht, ich weiß es nicht. Und Malaysia, Portugal, Spanien, St. Vinzenz, hatten wir ja schon gesagt, sind auch nicht mehr Risikogebiete. Also, sehr schön, gibt es wieder mehr Reiseziele, aber ihr denkt ja immer dran, dass ihr da aufpasst, dass ihr in den Reiserichtlinien bleibt, die euch die Regierung auferlegt hat. Das heißt also, wenn ihr zurückkommt oder vorher PCR-Test, Nase prökeln oder Rachenabstrich, was euch am besten gefällt. Nicht vergessen zu machen, zu eurer Sicherheit und für die Sicherheit von allen anderen. Das war wieder die Ausgabe von Frequent Traveller TV, Weekend Update Woche 12. Wenn ihr ein Thema hattet, wo ihr sagt, hey Lars, das hättest du nennen können, schreibt es in die Kommentarspalte. Oder ansonsten freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe dabei seid oder bei einem von unseren Chats. Wir haben ja, wie ich immer, permanent Werbung mache für auf Clubhouse einen Chat und am Sonntag, also diesen Sonntag, der 21. März, da ist es wieder Zeit für unseren Zoom-Call, ganz genau. Also, wenn ihr bei einem der beiden teilnehmen wollt, schickt mir eine Nachricht, ich schicke euch dann gerne die Details. Oder wenn ihr wisst, wo die sind, wie ihr die findet, kommt einfach dazu, gibt keine besonderen Voraussetzungen. Jeder kann mitmachen, der mitmachen möchte. Also, bis bald beim Frequent Traveller TV.